Herzlich Willkommen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Wir waren auf den PS-Days. Ohne Scheiß, was heute Morgen abgegangen ist, Leute. Wir können selber noch nicht richtig fassen. Seht selbst. Let's go! Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen rum. Und wenn wir was cooles sehen, halten wir an. Race-Simulator. Oh, habe ich noch nie gemacht. Willst du mal einsteigen? Das sieht interessant aus. Die Schlange ist auch gar nicht so groß. Okay, da sehe ich uns drin. Hi, ich würde mich gerne für ein Newsletter anmelden. Wäre das in Ordnung? Newsletter bedeutet, dass der Post zu Hause ankommt oder dass sie eine E-Mail verschicken? Es wird wahrscheinlich eine E-Mail werden, ja. Kann ich die danach blockieren? Bestimmt. Dann könnte ich dir hier noch anbieten einen akkuraten Flaschenöffner. Ja, ist auch wichtig natürlich. Pass auf, es ist nicht nur ein Flaschenöffner, es ist auch ein Profiltiefenmesser und ein Einkaufsschip. Da kann ich nicht Nein sagen. Ich habe die übelste Idee. Wir haben ja diesen Flaschenöffner bekommen. Sollen wir ein Spiel machen? Eine Challenge? Wir tauschen das ein gegen krassere Sachen. Mal gucken, womit wir am Ende nach Hause gehen. So ein Reifensatz. Oh, ich habe eine Idee. Ja, komm, wir fangen mal an. Ich habe eine geile Idee. Zeige ich mal den Chip. Hi, ich habe eine wilde Frage. Wir sind im Auftrag des Internets unterwegs quasi und wir versuchen uns hoch zu handeln. Wir haben gerade einen legendären ADAC-Chip bekommen und überlegen, ob wir den hier bei diesem kein-duft-baum.de-Stand hochhandeln könnten. Das wäre super geil. Da würde ich auch nicht Nein sagen. Oh, I'm an Alien. Ihr könnt auch gerne mal riechen dran, wenn ihr wollt. Oh, ist das das Parfüm quasi getränkt oder eigene Sorte? Das ist selber zusammengestellt. Das sind halt Parfümöle. Okay, ich sehe da aber einen Boss-Mode. Ja, ihr könnt auch gerne mal dran riechen. Oh, was sagst du? Ja, riecht gut. Also den finde ich auch gut. Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Okay, der wäre sogar noch besser. Okay, dann nehmt ihr eins mit. Perfekt, vielen Dank. Dankeschön, schönen Tag noch und schönes Wochenende. Tschüss. Ich bin ja ganz ehrlich, das war ein guter Tausch. Da sind sogar vier Stück drin, wenn ich das jetzt richtig sehe. Vier Duftbäume. Das hat echt einen Wert von einem Zehner. Wir werden heute noch reich. Am Ende gehen wir mit diesem Audi nach Hause. Oder Wagener-Ladeluftkühler, so, für Audi S6. Schönen guten Tag. Ich habe gesehen, dass ihr sehr coole T-Shirts anhabt. Was hat es damit auf sich? Wir waren vor zwei Wochen da. Oh, uns hat es gefallen? Super war es. Wie weit seid ihr gefahren? Wart ihr schon mal da? Nein, wir waren das erste Mal da. Wir sind jetzt ungefähr 300 Kilometer gefahren. Wahrscheinlich auch Oldtimer-Fans, oder? Ja, genau. Mein Sommerauto ist noch nicht fertig, aber im Moment fahre ich Skoda, Fabia. Und als Sommerauto? Ähm, Polo Tresa, Cabrio. Okay, alles klar. Vielen Dank. Schönen Tag noch und schönes Wochenende. Danke, wünsche ich euch auch. Junge, war das solide oder war das solide? Das war das erste Mal. Ich habe alles gegeben. Okay, der war das. Junge, der macht Krach. Ich halte das Mikrofon jetzt voll in den Ausputz. Kurzer Soundcheck. Das hat auch schon ein bisschen weh, ne? Das hat richtig gedröhnt. Zivi, wir gehen jetzt zum Sauerländer. So, ich mache es kurz und schmerzlos. Wir haben eine kleine Challenge am Laufen. Und zwar versuchen wir uns hochzutauschen. Wärst du bereit, uns was anzubieten im Tausch gegen diese Duftbäume? Ich muss mal gucken, was ich so ein Pet hat. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich tausche. Ich weiß nicht, ob ich davon was habe, aber es ist mir egal. Viel Duftbäume für die ganze Familie. Meine Familie besteht aus zwei Personen. Ja, dann habt ihr noch länger was davon. Genau. Ich tausche gegen diese schöne Ratsche. Kann ganz normal als Ratsche arbeiten. Kann aber gleichzeitig, wenn man keinen Platz hat. Das hat er jetzt nicht mit gerechnet, ne? Nein. Ja, nehmen wir natürlich auch an, würde ich sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Macht was raus. Ich hoffe, da kommt was bei rum. Und wenn es hinterher ein Auto ist, dann frag mich nochmal, dann würde ich vielleicht auch... Probefahrt. Vielen Dank. Auch ein schönes Wochenende. Ciao. Jetzt können wir aber schon höher pokern. Jetzt lasse ich mich hier nicht mehr mit so Kleinigkeiten abservieren. Siri, eine Ratsche gegen die Abgasanlage. Guter Tauscher nicht? Ja, guter. Vielleicht haben die auch eine für den Seat Ibiza. Boah, Junge, RS2 in Blau. Auch fett steht hier einfach rum. Jetzt wird es auch schwer, weil das wir uns jetzt nicht mehr unter Wert verkaufen. Das ist ja jetzt auch so eine Sache. Oder ey, darf du... Warte mal kurz. Hi. Darf ich dich kurz stören? Äh, Micha, mein Name. Ja, Micha. Ja, Micha. Ja, Micha. Michael, der Jahrgang der einfallslosen Eltern. Wir versuchen uns heute hoch zu handeln. Ähm, und ich dachte mir... Nein, ich gebe ein Slip nicht mehr. Wir haben angefangen mit einem Schlaschenöffner und haben uns dann hochgehandelt zu einem Duftbaum. Ein Vierer-Set sogar. Super. Und jetzt sind wir zum Werkzeugstatt gegangen und sind bei einer Ratsche geblieben. Eine richtig gute vom Sauerländer. Und jetzt bin ich immer überlegen, was können wir da machen. Dann kommt mal mit. Oh. Wenn wir uns vielleicht hoch zu einem Gridguard-Eimer mit so einem Deckel mit dazu, also den gibt's auch nicht zu kaufen, dann leh ich noch eine Versiegelung mit drauf, komm, und den Eimer dazu. Das kostet 101 Euro. Das ist krass. Mal... Das ist mal hochgehangelt, oder? Mal so. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ich finde das cool, was der da macht. So, dann haben wir die Ratsche. Ja, wenn dann richtig handeln. Ja, was halt Deal, oder? Geil. Dankeschön. Wisst ihr, was das Krasseste ist? Rein theoretisch sind wir gar nicht live, haben nur Attrappen dabei. Ey, ich sag, weißt du, wer es rausholt? Der Mediapass. Ey, aber Junge, du läufst richtig gut. Den ersten haben wir für 10-fach oder für 50-fach. Den zweiten haben wir für 5-fach und den haben wir jetzt verdoppelt. Ja, heftig. Mest du als Bitcoin-Kurs damals? Ach, die kennen wir doch, ne? Ja, wir fragen ihn mal, den letzten Herren. Genau, der... Dürfen wir sich kurz stören? Hi, ähm, also, wir machen gerade eine Challenge, und zwar tauschen wir uns hoch. Wir haben angefangen mit einem Flaschenöffner. Okay. Sind dann weiter... Was haben wir bekommen? Duftbäume. Genau, Duftbäume haben wir dann bekommen. Eine Ratsche danach. Ja, und für die Ratsche haben wir diesen schönen Eimer bekommen, aber nicht nur der Eimer, ne? Erstens, den kannst du gar nicht kaufen, weil das so eine Sonderedition ist, den gibt es so nicht zu kaufen. Ich liebe so eine Sache, die man nicht kaufen kann. Ja, jetzt halte ich fest. Deckel. Nee. Gridguard-Einsatz und eine Keramikversiegelung im Wert von über 100 Euro. Teufel. Ja. Verrückt. Bist du dabei? Würdest du uns etwas anbieten? Ja. Wir haben eine kleine Schrauberhalle, wir haben schon ScanGrid-Produkte bei uns. Cool, sehr schön. Genau, die beiden Lampen haben wir. Aber wenn ihr das schon habt, ihr sollt ja auch einen Mehrwert irgendwo haben, ne? Mehrwert kreieren. Gib mir noch zwei, drei Minuten, irgendwas suche ich euch gleich mal raus. Okay, wir machen. Kein Stress. Dankeschön. Das Ganze eskaliert ein bisschen. Jungs, schaut mal, das wäre mein Deal oder mein Vorschlag dafür. Ich will unbedingt diesen Eimer haben. Wer kann ich verstehen? Ich habe jetzt hier die Multimatch 3, unsere Tagestichtlampe mit fünf verschiedenen Lichtfarben. Du kannst sie per Akku betreiben, du kannst sie per Kabel betreiben, du kannst sie auf jedes Stativ montieren, kannst per Bluetooth ein- und ausschalten, hoch- und runterdimmen. Kostet UVP 279 Euro mit Steuer. Krass. Also das könnte ich anbieten. Auf jeden Fall. Krass. Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Das Ganze muss Spaß machen, man muss einfach mal ein bisschen aus sich rausgehen und ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf, ihr seid gute Jungs, also dann machen wir das. Let's go. Vielen Dank. Ja, super, cool. Freut mich. Der Eimer bleibt jetzt hier, den musst du natürlich auch mitnehmen. Ja, ja, selbstverständlich. Genau. Eine schöne Übergabe, ne? Perfekt. Dankeschön. Dankeschön, schönes Wochenende und viel Spaß noch. Hau rein. Dankeschön. Danke schön. Boah, ich liebe es auf Schmerz. Krass. Hi. Hi. Wir suchen Flüssignahrung, ja, gute Flüssignahrung. Jawohl. Schnaps aus der Öldose. Ja, ich sehe, ihr habt hier leckere Sachen, sieht aus wie eine kleine Cocktailbar. Nur ein kleiner Tipp, ich muss heute nicht mehr fahren. Ja, das ist schon mal eine gute Basis, sage ich mal. Was magst du denn? Äh, ich bin offen für alles. Ich mag Sachen, die mich nicht komplett wegballern und Geschmack kann auch sein. Nicht komplett wegballern, aber geschmacklich was drauf haben. Da würde ich die Blinkerflüssigkeit dir empfehlen. Willst du einen mitdringen? Ja, da sage ich doch nicht nein. Auf eine kranke Nacht. Wir können auch nochmal den Granberry machen. Geschmacksexplosion, fruchtig. Machen wir. Prösterchen. Auf einen guten Abend, würde ich sagen. Auch lecker. Ja, nicht ganz so viel Prozent, aber geschmacklich halt auch sehr gut, finde ich. Vielen, vielen Dank. Falls ihr Bock habt, Schrauberblock, sehr, sehr leckeres Zeug. Dankeschön, schönen Abend noch und viel Spaß auf der Beste. Danke euch auch. Macht's gut. Jungs, das wird mich anders wegballern. Wie hat's dir geschmeckt? Ja, immer gut. Hi. Okay, wir haben gerade zwei Shots getrunken und wir brauchen einen dritten. Auf jeden Fall kriegt ihr noch einen. Geil, was macht ihr hier? Wir machen offiziell so Hotelgate-Partys. Im Prinzip machen wir so große Partys mit einem riesen Matsch noch, wo man einfach offroaden kann, eine geile Zeit haben kann, einfach mit seinen Freunden hinkommen kann. Keiner einfach kaufen wir auch Merch und halt den Schnaps. Zum Wohl. Dankeschön, Jungs, ne? Ei, ei, ei. Das war eine freie kurze Zeit, ne? Ich sag dir was, wenn wir gleich rausgehen, das ist übertrieben warm. Sollen wir gegen eine Uhr tauschen? Oh, stark. Das ist eine gute Idee. Hi. Wir überfallen dich einfach, wenn das okay ist. Folgendes, wir sind hier auf der S-Motorshow, also auch nicht auf der S-Motorshow, ne, ich hab gerade drei Wodka aus Versehen getrunken. Wir haben gestartet mit einem ADAC-Flaschenöffner und wir wollen uns hochhandeln. Und halte ich fest, wir sind mittlerweile bei einer Scan-Grip-Lampe gelandet. Na cool. UVP 279 Euro. Da musst du ja was übertoppen, oder? Ja, 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 ich hoffe. Look, als kleiner Hinweis, wir haben den Wert bis jetzt fast immer verdoppelt. Aber kein Druck, macht hier keinen Druck. Das ist für alle BMW-Fans, vielleicht sind einige Zuschauer BMW-Fans, das ist eine M4-Felge, auch Automatik-Uhr. Und auch in unserer neuen Box, wir haben die ein bisschen neu gedesignt, würde ich sagen, das wäre mein Tauschangebot für euch. Was hat das ungefähr für einen Wert? Das hat UVP 400. Auch schön, das wäre wahrscheinlich was für David, der ist sehr BMW-Felge. Ich finde die muss ja geil, ja, auf jeden Fall. Darf ich es mir aussuchen? Noch eine mit höheren UVP. Okay. Das ist auch kein Problem. Genau, das sind quasi unsere Sonnenfeld, und das sind Einzelstücke alles. Die liegen bei 600 Euro, die du hier siehst, bis auf die hier. Wir sind da nochmal eine Stufe drüber, das heißt, da ist auch einiges an technischer Entwicklung dabei. Die Leute können uns quasi ein Bild von ihrer Ferne schicken, wir machen das komplett individuell für die. Als Einzelstück kann ich dir auch noch anbieten. Also wenn ich mir wirklich aussuchen darf, dann sollen wir die nehmen? Wenn die oben riecht, das ist schon... Die ist eigentlich schon des Tages. Die ist schon cool, ne? Aber die auch, die sind beide wirklich... Ja, beide schön, auf jeden Fall, gar keine Frage. Komm, wir nehmen die, wenn das möglich ist. Also hau nochmal raus, wo findet man euch? Driftelement.com.de oder Driftelement.de.com, wie ihr möchtet. Oder auf Instagram einfach Driftelement, auf Twitter Driftelement, überall. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ey, ich mach's nicht. Genau. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin. Ciao. Schönes Wochenende. Oh Leute, jetzt haltet euch fest. Das wird verrückt. Das wird jetzt so in die Hose gehen. Heilkfz-Teile. Wir sind gerade live auf Twitch. Okay. Und fahren wir direkt mit der Tür jetzt aus. Wir haben angefangen, einen ADAC-Flaschenöffner, den man einfach so bekommt, hochzutauschen. Wir sind jetzt bei einer 600-Euro-Uhr von Driftelement. Und unsere Frage ist natürlich jetzt, wie kann man das Ganze noch toppen? Und da haben wir Ihre Sachen gesehen und dachten uns, das sieht hochwertig aus, da gehen wir doch mal hin. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, wir streamen regelmäßig live, wir machen YouTube, also man sieht unsere Schraubehalle schon viel auch auf YouTube. Ich sag mal so, noch steht da kein Werkzeugwagen, aber ich will keinen Druck machen. Das ist schon mal eine gute Eigenschaft, weil wir keinen Druck machen, aber wir machen auch keinen Druck, ist kein Thema. Boah, ihr braucht eine Entscheidung. Wanden, jetzt sofort? Ich gucke, wir gucken, wir holen das, muss weg. Okay. Also wir sind Teilelieferant, also rein ursprünglich gesehen, sind relativ groß, also so um die 1.000 Leute und machen da alles mögliche von Teiledienst. Was ihr hier jetzt genommen habt, wäre ja Werkstattausrüstung, seid ihr an die Feuer und Werkstattwagen genau richtig, weil das ist der kurze Chef davon. Vigor Werkstattwagen Series M, das wäre der absolute Oberhammer, oder? Das ist ein Warenwert von 740 Euro circa. Genau, so sieht das aus. Guck mal, da kann er das Mikro reinhalten. Nein, aber guck mal, ein Startup-Unternehmen wissen, wie schwierig das ist. Egal, ob es eine neue Werkstatt ist, die neu aufmacht, die unterstützen wir ja auch mit unseren Sachen, ob es gebrauchte Sachen sind, Beratung sind, in dem Bereich Finanzierungsmodelle, solche Sachen bieten wir unseren Kunden ja auch an. Und deswegen sind wir auch froh, dass immer noch junge Leute sind, die den Weg gehen und freuen euch, euch zu helfen. Ich bin schwachlos gerade. Die ist für euch, also Tausch ist natürlich ein Tausch. Dankeschön, Jungs. Und ein superschönes Wochenende. Dankeschön. Tschau. Tschau. Was? Jungs, schlagt ein. Ich kann es nicht mehr erzählen, Alter. Hey. Ja, gut. Sollen wir wieder zu meinen AC-Typen gehen? Sollen wir zu ihnen hingehen? Ja, komm. Sag ihnen nochmal Danke. Hi. Dürfen wir dich nochmal stören? Ich gebe euch definitiv keinen Öffner mehr. Du glaubst es nicht. Wir brauchen noch einen Flaschenöffner. Weißt du, wo wir gelandet sind? Erzähl. Eine Werkzeugkiste oder was? Werkzeugwagen mit Inlay. Nein. Doch, kein Scheiß. Alter. Mit deinem Flaschenöffner. Und kann ich mal rumkommen und die Werkzeugkiste, wen es denn mal benutzen lassen? Ja, den Gutschein hast du. Sehr gut. Schönes Wochenende jetzt wirklich. Hau rein. Ciao, ciao. Ich finde, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Danke fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, euch hat der Stream und vielleicht auch das Video gefallen. So, wir sind weg. Habt euch lieb. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.